Satz 2.0 ist ein modernes Generationsmanagement-Konzept, in dem der Mitarbeiter komplette Zeitsouveränität hat über die Arbeitstage, über die Arbeitszeit. In dem Bereich der Pflege arbeiten vier Generationen zusammen mit den unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die Führungskräfte, an den Arbeitsplatz. Der Mitarbeiter hat in diesem Satz 2.0 Programm die Möglichkeit, dass seine Erwartungen an den Arbeitgeber, an den Arbeitsplatz erfüllt werden.